Musik Wenn der Himmel blau-weiß über München leuchtet, zeigt sich die bayerische Landesmetropole südländisch entspannt und gut gelaunt. Musik Die Glocken der Frauenkirche und das Glockenspiel am Neuen Rathaus gehören zum traditionellen und gemütlichen Ambiente rund um den Marienplatz. Auf dem Viktualienmarkt herrscht am frühen Mittag Hochbetrieb. Die Münchner kaufen frische Lebensmittel und die Gäste aus aller Welt schlendern zwischen den Ständen oder genießen die entspannte Atmosphäre im zünftigen Biergarten. Musik Ein kleiner Verdauungsspaziergang führt zum Odeonsplatz in unmittelbarer Nähe zum Hofgarten, der Residenz und der Artinakirche. Straßenmusiker sind in München eine Institution. Gute Musik macht gute Lorne. Vom Olympiaturm sind die Ausblicke grandios. Zu Füßen liegt der weitläufige Freizeitpark mit dem futuristisch aussehenden Olympiastadion. Bei klarer Sicht schweift der Blick über die Stadt und das oberbayerische Hügelland bis zu den schneebedeckten Alpengipfeln. Der Hofgarten ist nur eine von vielen grünen und idyllischen Oasen mitten in der Stadt. Der Klassiker, ganz gleich ob zu Mittag oder am Abend, das Hofbräuhaus. Münchner Honorationen haben hier ihren Stammplatz. Wegen der Tradition, der guten Maß, der Brezen und der Gäste aus aller Welt. Sehen und Gesehen werden, das funktioniert wirklich im Hofbräuhaus. Der chinesische Turm steht im englischen Garten, das Wohnzimmer der Städter im Sommer. Die Münchner wissen, wie und wo es sich gut leben lässt. Über sechs Millionen Gäste besuchen jedes Jahr die Stadt an der Isar. Am Abend trifft sich die junge Szene der Stadt rund um den angesagten Gärtnerplatz.